Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, langsam Platz zu nehmen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur inzwischen schon 75. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit. Ich darf aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich vor allen Dingen Sie, liebe Sachverständigen, ganz herzlich zur heutigen ersten öffentlichen Anhörung. Wir haben ja noch eine andere des Ausschusses für Gesundheit an diesem Nachmittag begrüßen. Zu meiner Rechten begrüße ich besonders die parlamentarische Staatssekretärin Ingrid Fischbach sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. In unserer öffentlichen Anhörung, meine sehr verehrten Damen und Herren, beschäftigen wir uns mit einem Antrag der Fraktion Die Linke. Gute Arbeit, gute Versorgung, mehr Personal in Gesundheit und Pflege ist das Thema dieses Antrags. Es ist die Ausschussdrucksache 7568. Der Antrag behandelt ein Thema, das konnten wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten beobachten, dass jetzt bei uns auch viele Beschäftigte in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen motiviert hat, uns zu schreiben, auch ganz konkret, um uns hier im Ausschuss oder im Ausschusssekretariat über ihren Alltag, ihren Arbeitsalltag in der Pflege zu berichten oder ihnen zu schildern. Deshalb haben wir jetzt sicherlich eine interessante Anhörung vor uns, weil es ein Thema ist, was viele beschäftigt, viele bewegt. Zu Beginn der Anhörung einige Erläuterungen zum Anhörungsverfahren. Wir haben insgesamt eine Stunde zur Verfügung und die Fraktionen werden bei Antragsanhörungen, das ist eine Neuerung, abwechselnd ihre Fragen stellen. Immer nur eine Frage pro Fraktion. Die erste Fragerunde beginnt mit der CDU-CSU, dann folgt die SPD und dann nochmals die CDU-CSU und dann folgt die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. In der zweiten Runde geschieht das im selben Rhythmus, mit der Ausnahme, dass die SPD in der zweiten Fragerunde genau wie die CDU ein zweimaliges Fragerecht hat. Runde 1 und 2 folgen dann im Wechsel. Ich darf die Fragenden und Sachverständigen bitten, die Antworten möglichst kurz zu halten. Das sage ich jedes Mal, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, damit alle Sachverständigen auch drankommen. Ich darf auch die Sachverständigen bitten, bei der Beantwortung der Frage, weil wir das alles aufzeichnen, die Mikrofone zu benutzen und sich immer mit Namen und Verband vorzustellen. Es gibt auch bei der einstündigen Anhörung immer Personen, die sich die Anhörung in Ausschnitten anschauen. Dann können Sie den einzelnen Sachverständigen auch einer Organisation, einer Hochschule oder was auch immer zuordnen. Ich bitte Sie auch wie immer, die Mobiltelefone auszuschalten. Und ich verweise auch noch darauf, dass wie immer die Anhörung heute sogar live im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Sie können sich auch das in der Mediathek des Bundestages nochmal anschauen. Wir veröffentlichen auch immer ein Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir beginnen mit der ersten Fragesteller und das ist die CDU-CSU. Michael Henrich, der Obmann, stellt die erste Frage. Ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Scheiöck als Einzelsachverständigen und an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Der Bundestag hat ja schon zahlreiche Maßnahmen beschlossen, um auf eine Verbesserung der Personalausstattung in Krankenhäuser hinzuwirken. Wenn Sie uns einfach mal kurz die Wirkung der bereits erfolgten Maßnahmen zur Förderung von Pflegestellen darlegen könnten und vielleicht auch eine Bewertung unterziehen. Herr Henrich, Sie haben jetzt zwei. Wir machen immer nur einen. Erstmal machen wir es abwechselnd. Wer soll die Frage beantworten? Dr. Scheiöck. Okay. Herr Professor Scheiöck, bitte. Ja, vielen Dank. Also zunächst mal wurde ja im Rahmen des Krankenhausstrukturgesetzes wurde ja unter anderem beschlossen, dass das Pflegestellenförderprogramm kommen soll und der umgewandelte Versorgungszuschlag. Beide Gelder werden ja zur Förderung der Pflege eingesetzt. Und die Expertenkommission Pflege soll ja unter anderem darüber beraten, wie diese Gelder eben mittel- bzw. langfristig eingesetzt werden, um die Pflege gezielt zu stärken. Und hier, also aus meiner Sicht ist das schon ein wichtiger Punkt, um die Pflege, um die Bedeutung auch der Pflege zu stärken. Und ich würde es besonders für wichtig erachten, und das ist ja auch die Aufgabe der Expertenkommission Pflege, hier, dass die Gelder so einzusetzen, dass sie natürlich den größten Nutzen stiften. Dankeschön. Die nächste Frage stellte Fraktion ist die SPD, Frau Mattheis. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Verdi. Ich sehe jetzt, ah, da, wunderbar. Ich habe sie nicht gesehen. Guten Tag. Die Neonatologie-Richtlinie des GBA ist unserer Auffassung nach ein gelungenes Beispiel dafür, wie Personalbemessung für Akutkliniken ausgestaltet sein kann. Welche weiteren pflegesensiblen Versorgungsbereiche gibt es Ihrer Ansicht nach, und wie könnten dort Vorgaben für die Personalbemessung möglichst schnell umgesetzt werden? Herr Adi, bitte. Vielen Dank für die Frage, Grit Genster, Gewerkschaft Verdi. Solche Personalverhältniszahlen sind eine Möglichkeit, schnell zu Verbesserungen zu kommen. Allerdings sind schnelle Lösungen auch selten perfekt. Dennoch können sie die Versorgungsqualität sichern und die notwendige Entlastung für die Beschäftigten in der Pflege bringen. Die Expertenkommission, Herr Professor Schreik hat sie gerade schon genannt, muss aus unserer Sicht rasch noch in dieser Legislatur die richtigen Weichen stellen. Und Empfehlungen dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wenn für wenige pflegesensible Bereiche Vorgaben gemacht werden, birgt das allerdings aus unserer Sicht die Gefahr, dass Verschiebebahnhöfe ausgelöst werden. Das heißt, Personal wird aus anderen Bereichen abgezogen. Empfehlungen der Expertenkommission müssen deshalb das gesamte Krankenhausgeschehen in den Blick nehmen. Es darf keine Verschlechterungen geben dadurch, dass es an anderen Stellen Lösungen gibt. Und zu der Frage, welche weiteren pflegesensiblen Bereiche sind aus unserer Sicht in den Blick zu nehmen. Der Nachtdienstcheck im letzten Jahr hat ergeben, dass besonders in der Nacht die Situation kritisch ist. Ich möchte die Fakten hier nicht weiter ausbilden, die sind bekannt. Allerdings muss mittelfristig auch ein Personalbemessungssystem erreicht werden, welches den individuellen Pflegebedarf berücksichtigt und dieses entwickelt werden. Recht herzlichen Dank. Die nächste fragestellende Fraktion ist CDU-CSU. Es fragt wieder Herr Henrich. Also dann frage ich jetzt die Deutsche Krankenhausgesellschaft nochmal bezüglich der Maßnahmen, die wir ja beschlossen haben, um eine Verbesserung der Personalausstattung in Krankenhäuser zu erreichen. Wie Sie diese Maßnahmen, wenn Sie die Maßnahmen beschreiben könnten und einfach auch nochmal kurz bewerten. Ja, danke schön. Bernd Metzinger von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir sehen hier das Pflegestellenförderprogramm zuvorderst, mit dem Sie ja in 2016 schon 110 Millionen Euro fördern wollten. 2017 220, 2018 330. Wir können nur leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie gut das läuft oder nicht läuft, weil das Ganze noch Zukunftsmusik ist. Es wird erst Mitte nächsten Jahres der GKV Spitzenverband dazu einen Bericht erstellen können. Insofern sind wir noch optimistisch, dass es greift, aber wir können das noch nicht genauer sagen. Das Zweite, was ja durchaus auch noch in dieser Reihung zu zählen ist, ist das Thema der Tarifausgleichsrate, die Sie ja beschlossen haben. Diese begrüßen wir auch sehr, bedanken uns dafür, dass das so beschlossen worden ist. Allerdings sehen wir auch, dass strukturelle Komponenten dabei keine Rolle spielen. So haben wir zum Beispiel die Entgeltordnung im TVÖD kürzlich ja gemeinsam mit den Tarifpartnern beschlossen. Diese Entgeltänderungen, Eingruppierungen in andere Stufen, in höhere Stufen zum Beispiel für die Fachpflegekräfte, das findet keinen Niederschlag bei diesem Tarifausgleich. Und das bedauern wir natürlich schon sehr. Das mit der Umwandlung des Versorgungszuschlags in den Pflegezuschlag ist ja etwas, was wir auch prinzipiell begrüßen, denn besser als dass es weg ist, ist es ein Pflegezuschlag geworden. Aber man muss ja schon sagen, dass die entsprechende Summe hier von der linken Tasche in die rechte Tasche gepackt worden ist. Wie gesagt, das ist besser, als wenn sie aus der linken Tasche nur rausgepackt worden wäre. Aber so richtig befriedigend ist das nicht. Also dadurch ist nicht mehr Geld im System. Dankeschön. Jetzt ist die Fraktion Die Linke dran. Ich glaube, Harald Weinberg ist der erste Fragesteller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das ist genau richtig. Meine Frage geht an Frau Dr. Wittek. Und zwar, wir haben ja in dem Antrag die Zahl drin von 100.000 zusätzlichen notwendigen Pflegekräften in Deutschland. Wie beurteilen Sie diese Zahl? Und vielleicht können Sie auch noch mal kurz auf die Frage der Wirksamkeit der Maßnahmen, die da jetzt gerade auch angesprochen worden sind, in dem Zusammenhang eingehen. Herzlichen Dank für das Wort. Pia Wittek ist mein Name. Ich bin auch Vertreterin der Fachgesellschaft Profession Pflege, die sich genau mit den Fragestellungen Qualität und Qualitätsentwicklung in der Pflege beschäftigt. Die Zahl 100.000 würde dem entsprechen, was sozusagen eine Anhebung des Personalstandes auf den europäischen Durchschnitt entspricht. Und ich teile die Meinung von Professor Simon, das hatte auch bei der letzten Anhörung schon in seiner Stellungnahme formuliert, dass 100.000 Stellen Anhebung eine moderate Anhebung letztendlich darstellt. Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, weil wenn sich die aktuelle Follow-up-Studie anschauen, die Neuauflage der NAVK-Studie von der TU München, TU Berlin, Entschuldigung, dann werden Sie sehen, dass sich genau die Zahlen Arbeitsunzufriedenheit erhöht haben. Wir sind hierbei fast jede zweite Mitarbeiterin in der Pflege äußert, dass sie mit ihrer Arbeit unzufrieden ist. 36 Prozent der Mitarbeiter haben vor, den Beruf zu verlassen, und die Hälfte davon möchte nicht mehr in der Pflege arbeiten. Also wenn es uns nicht gelingt, die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter in der Pflege wirklich wirksam zu verändern, und das haben wir mit dem Förderprogramm von der ersten Runde, vom zweiten Pflegegipfel nicht erreicht, das wird auch bei dem zweiten Förderprogramm so nicht funktionieren, denn hier werden die gleichen Konstruktionsfehler gemacht. Also es ist keine wirkliche Zusicherung, dass die Personalstellen in der Pflege hier auch wirklich bedient werden, weil sozusagen keine Zweckbindung an der Stelle auch vorhanden ist. Also das sind Dinge, die ich kritisch sehe, und ich denke, wir müssen uns gut überlegen, sowohl die Anhebung der Personalstellen ins Auge zu nehmen und inhaltliche Umgestaltung der Arbeit, weil die Mitarbeiter- und Arbeitszufriedenheit hat auch was mit der inhaltlichen Ausgestaltung zu tun, also nicht nur Satz-Sauber-Versorgung, wo Mitarbeiter täglich in ein Dilemma kommen und rationieren müssen, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, dass Mitarbeiter inhaltlich auch das zeigen können, was Pflegeanwirtschaftung leisten kann, nämlich therapeutisch aktivierend Pflegetätigkeit auch gestalten zu können. Dankeschön. Dankeschön, Frau Dr. Wittek. Jetzt ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dran. Ich glaube, Frau Schaffenberg ist die Fragestellerin. Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Prof. Stegmüller. Wenn wir einfach mal kurz die derzeitige Situation anschauen. Wie haben sich denn der Pflegebedarf und die Personalausstattung in den letzten Jahren in Deutschland entwickelt? Welche Folgen hat das denn für die Beschäftigten? Und wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die rechtlichen Rahmenbedingungen an Personalbemessung im Status quo in Deutschland? Vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Klaus Stegmüller, Hochschule Fulda. Diese Frage basiert ja eher so ein bisschen auf einer grundsätzlichen Einschätzung. Und man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass wir es mit einer deutlichen Diskrepanz zwischen Pflegebedarf auf der einen Seite und Personalausstattung auf der anderen Seite haben. Und das gilt sowohl für den Krankenhausbereich als auch für die stationäre Altenpflege. Und das gilt, kann man festmachen an zum Beispiel die zurückliegende Verschlechterung, was die Betreuungsrelationen angeht. Das kann man festmachen, Frau Kollegin Wittek hat das gerade auch schon kurz erläutert, hinsichtlich der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen infolge von Fallzahlsteigerungen, Verweildauerreduzierung und eben kaum oder bis nicht bessere Personalausstattung. Und dieses wiederum ist auch international in den verschiedenen Studien dieser Zusammenhang zwischen einer guten Personalausstattung auf der einen Seite und der qualitativ hochwertigen Versorgung auf der anderen Seite gut dokumentiert, gut untersucht, hoch evident und schlechterdings nicht zu bezweifeln. Insofern ist die Situation in der Bundesrepublik Deutschland vor diesem Hintergrund des Wissens, was wir haben, umso dramatischer zu beurteilen, als eben diese Personalausstattung in der Pflege bei deutlich steigenden Anforderungen eben sich kontinuierlich verschlechtert hat. Und das gilt für beide Versorgungsbereiche, sowohl für den akuten Krankenhausbereich wie auch für die stationäre Altenpflege. Und dieser unzweifelhafte Zusammenhang wird sich angesichts der drängenden Herausforderungen, die sozusagen beschrieben sind, auch dieses nur ganz kurz, Stichwort demografische Entwicklungen, Bevölkerungsstrukturveränderungen, wird sich noch in Zukunft verschärfen. Und es ist überhaupt nicht einsichtig, warum die genannten Instrumentarien, Expertenkommissionen und so weiter und so fort, was schon genannt sind, dass diese sozusagen nicht schon längst umgesetzt ist in eine Situation, wo die Versorgung und Betreuungsqualität sozusagen der entscheidende Maßstab für eine vorausschauende Politik ist. Und es ist umso erstaunlicher, dass dieser Zusammenhang hierzulange noch nicht oder jedenfalls nicht zureichend seinen entsprechenden Niederschlag gefunden hat. Zu den einzelnen Maßnahmen vielleicht später. Dankeschön. Dankeschön, Herr Professor Stegmüller. Jetzt ist die CDU-CSU dran. Herr Mayer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Für die CSU, genau. Es dreht sich alles um die Vollzeit, ja, gesamte CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die ja sehr geschlossen und einiges. Ich habe eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Wie bewerten Sie die Forderung der Antragsteller, kurzfristig Maßnahmen zur Schaffung von mindestens 100.000 Vollzeitstellen in der Pflege zu treffen? Ja, Leber, GKV-Spitzenverband. Vielleicht zunächst eine Bemerkung zur demografischen Entwicklung. Seit 1991 hat sich das Durchschnittsalter der Bevölkerung um ungefähr 12 Prozent erhöht. Die Anzahl der belegten Krankenhausbetten ist um 30 Prozent zurückgegangen. Es ist fast so, als ob man sagen kann, je älter die Bevölkerung ist, desto weniger liegt sie im Krankenhaus. Sie liegt woanders. Sie liegt in den Pflegeheimen. Dort geht die Bettenanzahl hoch. Dort geht vielleicht auch der Pflegebedarf hoch. Der Ort der Pflege verschiebt sich von Krankenhäusern in stationäre Pflegeeinnahmen. Und insofern wäre es absolut konterindiziert, im Krankenhaus den Pflegebereich auszubilden. Andere Staaten, das zeigt der internationale Vergleich, sind da schon sehr viel weiter. Bei uns hat sich übrigens die Belastungsziffer, also Anzahl der belegten Betten je Vollkraft verringert, von 8,5 auf 6,0. Die Anzahl der Fälle ist mehr geworden, aber die Anzahl der gleichzeitig zu betreuenden Betten ist weniger geworden. Nun gibt es im Ausland andere Beispiele, wo wir sehr viel weniger Patienten je Pflegekraft haben. Das scheint uns genau der richtige Ansatz, wenn Sie zum Beispiel Norwegen haben. Weniger Patienten je Pflegekraft. Wir haben mehrere Millionen Fälle in Deutschland, die in Norwegen alle ambulant behandelt würden, die hier zur Belastung des Pflegepersonals beitragen, die aber an anderer Stelle anders versorgt werden. Insofern sehen wir einen zweifachen Ansatz. Wir müssen sehen, dass wahrscheinlich in Pflegeheimen ein erhöhter Bedarf an Pflege ist. Und wir müssen sehen, dass in der ambulanten Versorgung das versorgt wird, was wir im Augenblick als Fehlbelegung im Krankenhaus haben. Dankeschön, Herr Leber. Frau Kermer von der SPD ist die nächste Fragestellerin. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Dr. Metzinger, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Die ausreichende personelle Ausstattung von Stationen allein ist kein Garant für optimale Versorgungsqualität. Das bedeutet, dass verbindliche Personalstandards möglicherweise zwar zu einer Erhöhung der Pflegestellen führen, dennoch aber die Qualität der Pflege nicht verbessert wird. Welche weiteren Stellschrauben zur Verbesserung der Versorgungsqualität in Krankenhäusern sind zu beachten? Vielen Dank für diese Frage, Bernd Metzinger, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Sie haben recht, dass die Zahl der Pflegekräfte alleine nicht das Einzige ist, was die Pflege verbessert. Sicherlich ist es so, dass die Qualität und die Anzahl der Pflegekräfte pro Patient eine gewisse Korrelation haben. Aber das alleine reicht nicht. Wir müssen vor allen Dingen versuchen, die Pflegekräfte und auch die Ärzte wieder das machen zu lassen, wofür sie sich eigentlich haben ausbilden lassen, nämlich Pflege am Patienten durchzuführen und Behandlung des Patienten durchzuführen. Wir kennen die Studie von Nuance und HIMSS, in der deutlich wird, dass Ärzte täglich vier Stunden und Pflegekräfte täglich drei Stunden ihre Arbeitszeit mit Dokumentation verbringen. Das ist nicht das, wozu ein Arzt Arzt geworden ist und das ist auch nicht das, wozu eine Pflegekraft Pflegekraft geworden ist. Dokumentation lässt sich nicht völlig vermeiden, aber der Dokumentations-Overkill, den wir im Moment nicht nur in den Kliniken, sondern auch in anderen Bereichen haben, das ist etwas, was wir dringend zurückführen müssen. Wir haben dadurch dann mehr Zeit für die Patienten. Das ist das, was wir wollen und was auch alle unsere Mitarbeiter wollen. Und es stehen einfach dann mehr Pflegekräfte und mehr Ärzte pro Patient in Stunden zur Verfügung. Also wir müssen dringend den Bürokratieabbau vorantreiben. Das Zweite, was wir tun können, ist das Thema Job Enrichment. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Pflegekräfte noch mehr als bisher Aufgaben aus dem ärztlichen Bereich übernehmen können. Das geht aber nur dann, erstens, wenn die das wollen. Die sind aber sehr motiviert, zumindest viele davon und auch entsprechend gut ausgebildet. Wir müssen aber dann auch dafür sorgen, dass die Pflegekräfte ihrerseits wiederum Aufgaben delegieren können an andere Berufszweige, die dann die einfacheren Pflegeaufgaben übernehmen können. Und dafür brauchen wir ganz klar eine Pflegeassistenzausbildung, eine zweijährige Pflegeassistenzausbildung, zweijährig auch deshalb, weil die dann tariflich so eingeordnet werden, dass sie nicht zusätzlich Hartz IV empfangen müssen, sondern auf eigenen Beinen stehen können. Und mit einer solchen zweijährigen Pflegeassistenzausbildung würden wir sicherlich die Möglichkeit schaffen, einfachere pflegerische Tätigkeiten von dem examinierten Krankenpflegepersonal, das wir heute kennen, zu delegieren an diese Personengruppe. Und das sind die beiden wesentlichen Elemente, die aus meiner Sicht zu einer deutlichen Verbesserung der Qualität der Pflege im Krankenhaus dienen könnten. Dankeschön. Herr Riebsam von der CDU-CSU ist der nächste Fragesteller. Ich habe eine Frage an den BPA. Wie beurteilen Sie den Vorschlag, in der Altenpflege eine bundesweit einheitliche Personalbemessung in der Altenpflege ambulant und stationär einzuführen? BPA, bitte. Herr Riebsam, vielen Dank. Herbert Maul vom BPA. Ja, wir sind seit langer Zeit Verfechter von verbindlichen Personalbemessungssystemen. Ich war damals mal der Geschäftsführer dieser gemeinsamen Gesellschaft mit Wohlfahrtsverbänden und den Kassenverbänden, als es um Pläsier ging. Im Moment gehen wir ja hin und schreiben gerade ein solches Verfahren aus, damit bis 2020 verbindliche Grundlagen vorliegen. Wichtig ist natürlich nachher, wie sieht es denn dann mit der Verbindlichkeit der Umsetzung aus? Und da sind zwei Aspekte für uns absolut wesentlich. Das eine ist, es müssen Modelle vorliegen, die eine begründbare Qualität sicherstellen. Der zweite Punkt, den ich aber auch erwähnen möchte, ist, es muss natürlich so sein, dass wir auch der demografischen Herausforderung gerecht werden. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, wir stellen einen Standard fest und rationieren anschließend die Zahl der Pflegeplätze, sondern da werden wir uns an denen orientieren müssen, die pflegebedürftig sind. Und die Zahlen sind sehr eindeutig. Wenn von 2,5 auf 4 Millionen die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, werden wir auch Lösungen brauchen, die diese demografische Entwicklung mit auffangen. Und solche Lösungen, wie es in anderen Bereichen angedacht wird, werden auch bei uns notwendig sein, dass man sehr genau guckt, welche Qualifikation ist eigentlich an welcher, also bei welcher Aufgabe notwendig. Dort werden wir sehr viel Grundlagenarbeit jetzt durch diese Ausschreibung bekommen, die ja jetzt in Kürze vergeben wird. Ansonsten muss man sagen, dass in der Altenpflege in den letzten Jahren kontinuierlich eine Personalverbesserung durchgeführt wurde und auch durch das PSG II in vielen Ländern eine weitere Personalverbesserung beschlossen wurde. Dankeschön. Die SPD ist die nächste fragestellende Fraktion. Ich glaube, Frau Behrens stellt die Frage. Ja, meine Frage richtet sich an den Herrn Leber vom GKV Spitzenverband. Welche Maßnahmen wurden bisher getroffen, um die Situation in der Pflege in den Krankenhäusern zu verbessern und um wie viel Geld für die Krankenhäuser geht es dabei? Und vielleicht können Sie auch noch was sagen zu dem, was vorher gesagt wurde, dass eben die bisher beschlossenen Maßnahmen nicht angekommen seien. Dr. Leber, bitte. Leber, GKV Spitzenverband. Die wichtigste Maßnahme war natürlich das Pflegestellenförderprogramm von 2009 bis 2011. Dort sind kumuliert ungefähr 1,1 Milliarden an die Krankenhäuser geflossen. Wir haben hierzu einen Bericht gemacht, der ausweist, dass dieses auch zu einer Aufstockung der Personalvollkräfte in Höhe von 13.000 Pflegekräften geführt hat. Wenn man es allerdings insgesamt in der Statistik überprüft, dann gab es an anderer Stelle einen Rückgang, sodass per Saldo ungefähr 9.200 Vollkräfte zusätzlich geschaffen worden sind. Dieses Geld fließt weiterhin an die Krankenhäuser. Das Geld fließt also hoffentlich auch in den Pflegebereich. Eine direkte Verwendungsauflage gibt es dazu natürlich nicht. Wir haben gleichwohl ein wenig Kritik an diesem Pflegestellenförderprogramm. Es belohnt diejenigen, die die Pflege drastisch nach unten gefahren haben und dann während des Förderzeitrums wieder aufgebaut haben. Diejenigen, die immer gute Pflege gemacht haben, kriegen keinen einzigen Cent. Und diese selbe Kritik ist natürlich jetzt auch auf das neue Programm anwendbar, wo eben nicht unbedingt die richtigen Krankenhäuser in den Genuss der Gelder kommen. Insgesamt muss man sagen, dass nicht nur das Pflegefällenförderprogramm, sondern dass eine ganze Reihe unterschiedlichen Maßnahmen ergriffen werden. Ich nenne nur erstens die Ergebnisqualitätsmessung durch den gemeinsamen Bundeshaushalt. Dekubitus ist ein solches Beispiel. Zweitens werden Anforderungen in Komplexcodes definiert, zum Beispiel bei geriatrischen Komplexcodes, wo auch Personalanforderungen definiert sind. Dann haben wir GBA-Strukturanforderungen, wie zum Beispiel für Frühgeborene. NICU, die jetzt ja auch noch mal im nächsten Plenum diskutiert werden. Wir haben Maßnahmen, viertens zu einer adäquateren Finanzierung der pflegeintensiven Bereiche. Wir haben in dem neuesten DRG-System die Personalkosten höher bewertet und wir werden in Zukunft wahrscheinlich die Pflegegrade ebenfalls im DRG-System bewerten. Und der letzte Punkt, den ich nennen möchte, wir haben inzwischen mehr Transparenz über den Pflegebereich. Die Qualitätsberichte weisen abteilungsbezogene Pflegebelastungsziffern aus, so dass sich der Versicherte auch über die Pflegequalität, die Pflegeausstattung informieren kann. Ein ganzes Bündel also unterschiedlicher Maßnahmen und Pflegestellenförderung und Personalvorgaben sind nur einer unter sehr vielen Punkten. Vielen Dank. Dankeschön. Die Fraktion Die Linke fragt Frau Zimmermann, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Mittag von der Bundesarbeitsgemeinschaft für freie Wohlfahrtspflege. Herr Mittag, welche Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um die bis Ende 2019 zu erarbeiteten wissenschaftlichen Personalbemessungsinstrumente verbindlich umsetzen zu können? Und welche Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Personalsituation in der Altenpflege schlagen Sie jetzt für sofort vor? Herr Mittag, bitte. Thorsten Mittag für die BAGFW. Vielen Dank für die Frage. Das System, das da entwickelt und erprobt werden soll, es befindet sich ja sozusagen im Prozess der Ausschreibung. Und man kann in der Tat im Augenblick wenig tun, um es sozusagen aus eigener Kraft verbindlich zu machen, sondern hier ist es sozusagen Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass dieses entwickelte System halt auch die Grundlage dann bildet für die entsprechende Refinanzierung des Personals durch die Kostenträger. Das heißt, es bedarf hier konkret dann halt auch einer gesetzlichen Verpflichtung zur Anerkennung des Bedarfs, des sozusagen Mehrbedarfs, davon gehen wir mal aus, des Personals in den Verhandlungen. Darüber hinaus ist natürlich sozusagen zu berücksichtigen, dass wir bis dahin eine relativ lange Zeitspanne haben. Wenn also 2020 sozusagen dieses System erprobt bzw. entwickelt und erprobt sein soll, dann kann es nicht so sein, dass wir also jetzt hier aufhören, über die Verhandlungen in dem Personalschlüsselbereich nachzudenken, sondern hier muss es weitergehen und aus Sicht der BAG W muss dazu auch in dem Zeitraum jede Möglichkeit genutzt werden, um die Personalschlüssel und die Personalsituation zu verbessern. Und hier kann es eigentlich nur so sein, dass diese sich dann orientieren an den jeweils höchsten und besten Niveau der Personalschlüssel. Ferner ist es so, dass die Zeit aber auch genutzt werden sollte, um die damit einhergehenden Fragen der Finanzierung zu klären. Und deswegen spricht sich die BAG W dafür aus, hier sozusagen einen Beirat parallel zu konstituieren, der sich also mit den Fragen der Finanzierung dieses Mehrbedarfs auseinandersetzt, entsprechend unter Moderation der Ministerien. Dankeschön. Bündnis 90 die Grünen. Frau Scharfenberg ist die nächste Fragestellerin. Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage geht auch an Herrn Prof. Steckmüller. Sie haben ja zusammen mit Prof. Stefan Kress untersucht, welche Auswirkungen die Einführung gesetzlicher Standards zur Personalbemessung in den USA hatte. Zu welchen Schlüssen sind Sie denn da gekommen und welche Empfehlungen leiten Sie daraus für Deutschland ab? Prof. Steckmüller, bitte. Steckmüller, Hochschule Fulda. Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Vielen Dank, dass die Frage richtig ist. Wir haben Studien zusammengetragen und uns da vor allem auf die Situation in den Vereinigten Staaten bezogen, weil das dort eben sehr gut dokumentiert und untersucht ist. Und weil dort eben gesetzliche Standards zur Personalbemessung vorgesehen sind und in allen Bundesstaaten sozusagen umgesetzt werden. Und die Erfahrungen zeigen, und das bezieht sich jetzt nur auf den stationären Altenpflegebereich, erstens, dass gesetzliche Vorgaben notwendig sind. Das ist, denke ich, schon mal ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, weil nur Vorgaben und deren sanktionsbewährte Überprüfung gewährleisten, gewährleisten, dass überhaupt eine entsprechende Umsetzung von Mindeststandards erfolgen kann. Und da ist das Beispiel sozusagen USA auch heranzuziehen, weil wir dort auch festgestellt haben, beziehungsweise die Studien festgestellt haben, dass freiwillige Selbstverpflichtungen hier keinen Effekt haben. Zweitens, das USA-Beispiel zeigt, dass gesetzliche Vorgaben für Mindeststandards grundsätzlich, und da kommt es darauf an, eben zu einer besseren Personalausstattung führen können. Und das gilt vor allem eben in solchen Einrichtungen, wo eben vor Einführung der Mindeststandards die besonders weit von entsprechenden Vorgaben beziehungsweise entsprechenden Personalbesetzungsstellen waren. Drittens zeigt das Beispiel USA, dass positive Effekte nur dann und vor allem dann eben zu sehen sind, wenn Pflegefachkräfte neu eingestellt werden. Also ein Punkt, Herr Leber, Sie haben das auch gerade schon mal genannt, da bin ich d'accord mit Ihnen, und eben die Einrichtungen zur Erfüllung der vergleichsweise niedrigen Mindeststandards eben in den USA zu eher Servicekräften, Pflegehilfskräften geführt hat. Also will man diese Ausweichreaktionen verhindern, und ich denke, das ist auch angezeigt, weil in gleicher Weise man sehen kann, dass die Pflegefachkraftquoten eben entsprechenden guten, qualitativ hochwertige Pflege nur gewährleisten können. Also will man diese Ausweichreaktionen vermeiden, muss eben eine entsprechende gesetzliche, ambitionierte Fachkraftquote vorausgesetzt werden und umgesetzt werden, die natürlich, völlig klar, eben auch entsprechend hinreichend finanziert werden muss. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben, auch klar, aber es gibt ja schon eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie dieses zu finanzieren sei. Erstmal soweit. Dankeschön. Maria Michalk, CDU, CSU. Ja, meine Frage richtet sich an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Sehen Sie Möglichkeiten bei der Entwicklung eines bundesanheitlichen Personalbemessungsverfahrens, die derzeit bestehenden regionalen Unterschiede in der Personalausstattung mit zu berücksichtigen? Dr. Metzinger, bitte. Ja, Metzinger, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Danke für die Frage. Ich muss zunächst einmal deutlich machen, dass ich dann die regionalen Unterschiede gar nicht so groß sehe wie die hausindividuellen Unterschiede. Es gibt regionale Unterschiede, sowohl bei den Ärzten als auch bei der Pflege, die aber diametral entgegengesetzt sind. So ist es so, dass viele Ärzte gerne beispielsweise in München arbeiten möchten, während viele Pflegekräfte ausgerechnet in München nicht arbeiten möchten. Das hängt zusammen auch mit den unterschiedlichen oder mit den Lebensunterhaltskosten, die eben in München extrem hoch sind, sodass viele Pflegekräfte lieber darauf verzichten, in München zu wohnen und stattdessen in einem anderen Bereich arbeiten. Ja, Herr Leber sagt, die möchten da auch arbeiten. Ist schon richtig, aber ist natürlich mit einem Krankenpflegegehalt etwas weniger günstig, das zu realisieren, als vielleicht mit einem Oberarztgehalt. Aber das ist jetzt ein Thema, das, glaube ich, an der Stelle eine gewisse Rolle spielt. Ich glaube aber, dass die individuellen Gegebenheiten der Krankenhäuser eher diejenigen sind, die dann tatsächlich bestimmen, ob denn bei Personalbemessungsverfahren tatsächlich Unterschiede bestehen müssen oder nicht. Und da sehe ich Unterschiede beispielsweise in der technischen Ausstattung, in der baulichen Ausstattung von Krankenhäusern, aber auch in der Aufteilung von bestimmten Arbeitstätigkeiten unter verschiedenen Berufsgruppen. Das können Krankenhäuser unterschiedlich ausgestalten. Und da sehe ich dann tatsächlich schon, dass es notwendig ist, aus diesem Grund individuelle Personalausstattungen für die Krankenhäuser zu schaffen. Das geht natürlich mit bundesweiten einheitlichen Personalbemessungsinstrumente nicht so gut, vorsichtig ausgedrückt, sondern das ist die originäre hoheitliche Aufgabe eines jeden Krankenhauses selber. Und daher halten wir von solchen generalisierten, generalistisch angegangenen Personalausstattungsbemessungsinstrumenten eigentlich sehr wenig und sagen, so etwas kommt höchstens für besonders pflegesensible Bereiche in Frage. Da sehen wir die Frühgeborenen, da sehen wir möglicherweise auch andere Intensivtherapiestationen. Also das sind die Bereiche, für die wir uns so etwas auch vorstellen können. Aber alles andere ist aus unserer Sicht eher nicht geeignet für generell anzugehende bundesweit einheitliche Vorgaben für Personalstrukturen. Dankeschön. Die SPD ist jetzt dran. Frau Müller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den GKV Spitzenverband. Wie beurteilen Sie die Forderung der linken Qualität als Planungskriterium in der Krankenhausplanung der Länder zu berücksichtigen? GKV Spitzenverband. Liebe GKV Spitzenverband, wir haben das Gefühl, bei dem Begriff qualitätsorientierte Planung wird die Planung überschätzt. De facto finden die Entwicklungen im deutschen Krankenhausmarkt ziemlich unabhängig von der Planung statt. Erst recht sämtliche qualitätsorientierten Entscheidungen. Richtiger müsste man, glaube ich, von Marktregulierung sprechen. Denn die einzelnen Entscheidungen werden nicht planerisch getroffen, sondern im Wesentlichen von den Akteuren, von den Krankenhausträgern. Dort sehen wir es als notwendig in Richtung, marktregulierend einzugreifen, indem wir Mindeststandards in bestimmten Bereichen definieren, indem wir vielleicht auch sogar definieren, welches Krankenhaus unbedingt notwendig ist. Wir haben gerade letzte Woche im GBA eine Entscheidung über Sicherstellungszuschläge getroffen, die nichts anderes ist als Marktregulierung. Das heißt, wir würden weiter fordern, diese Marktregulierungsbemögen zu intensivieren. Sie laufen im Augenblick nur unter der falschen Überschrift qualitätsorientierte Planungsvorgaben. CDU, CSU, Dr. Kippels ist der nächste Fragesteller. Herzlichen Dank. Die Frage richtet sich an den BPA, Herrn Maul. Mit Verweise auf das Patientenwohl und die bestmögliche Versorgungsqualität fordern die Antragsteller die Beendigung des wirtschaftlichen Wettbewerbs und der Möglichkeit, Gewinne zu erzielen. Bitte schildern Sie, welche Auswirkungen dies für die Pflegeeinrichtungen privater Träger und der von diesen versorgten Pflegebedürftigen hätte. Ja, BPA, das ist natürlich eine Vorlage jetzt. Ja, vielen Dank, Herr Kippels. Herbert Maul vom BPA. Man muss vielleicht vorweg schicken, wir stellen mittlerweile 50 Prozent der Grundversorgung mit privaten Trägern. Und der Hintergrund ist natürlich, dass die Länder zwar die Verpflichtung haben, dass sie die institutionelle Förderung sicherstellen sollen, sich aber daraus zurückgezogen haben. So in die Breche gesprungen sind die privaten Träger. In der wettbewerblichen Ausgestaltung, die im Übrigen auch für einen heftigen Personal- und Qualitätswettbewerb gesorgt hat. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, und zwar im Sinne einer Qualitätsverbesserung. Wenn man jetzt sagen will, wir drehen das Rad zurück, dann glaube ich, muss man schlichtweg sagen, die Versorgung wäre zunächst mal nicht mehr sichergestellt. Wir halten eine wettbewerbliche Ausrichtung für richtig, nicht nur um Qualität, sondern auch um die Preise, weil im Teilleistungssystem der Pflegeversicherung sind es ansonsten die Angehörigen, die pflegebedürftigen Menschen und die Sozialhilfeträger, die die finanziellen Folgen zu tragen haben. Und in dem Zusammenhang können wir ja auch belegen, dass die privaten Träger sich nicht nur in wenigen Regionen betätigen. Bei 50 % Marktanteil wäre das durchaus auch schwierig, sondern wir sichern das Essen auf Rädern, auch in der Uckermark beispielsweise oder in anderen Gebieten, wo ansonsten sich sehr viele zurückziehen. Dass eine privatwirtschaftliche Tätigkeit mit einer enormen Übernahme von Verantwortung in der Region verbunden ist, liegt auf der Hand und dass diese Personen in der Region dann auch wirklich immer im öffentlichen Leben, in der öffentlichen Diskussion stellen, sorgt alleine schon dafür, dass die sich um eine bestmögliche Qualität dort bemühen müssen. Dankeschön, Herr Maul. Die nächste Fragestellende Fraktion ist die Linke. Frau Vogler stellt die Frage. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Gänzler von der Gewerkschaft Verdi. Wir haben jetzt viel über unterschiedliche Einschätzungen zur Pflegesituation in den Krankenhäusern, in Altenpflegeeinrichtungen und in der ambulanten Kranken- und Altenpflege gehört. Da möchte ich von Ihnen gerne noch mal so ein bisschen praktische Expertise hören. Was berichten denn Pflegekräfte über Ihren Alltag? Was berichten Sie darüber, mit welchen Schwierigkeiten Sie konfrontiert sind? Was wünschen Sie sich von der Politik? Und Sie haben ja auch als Gewerkschaft Sofortmaßnahmen für die Pflegebeschäftigten aufgestellt. Welche sind denn da die wichtigsten und wie könnte man das finanzieren? Verdi, bitte. Das war ein ganzer Strauß von einer Frage. Ich versuche, das alles gut abzudecken. Grit Gänzler, Gewerkschaft Verdi. Vielen Dank für die Frage. Der zentrale Punkt ist ja, dass ohne verbindliche Vorgaben für das Personal das Fass keinen Boden hat und die Bedingungen für die Beschäftigten immer schlechter werden und Versorgungsqualität eben nicht gesichert ist. Arbeit im Krankenhaus, aber auch in der stationären Pflege, in der ambulanten Pflege darf Beschäftigte nicht krank machen und Patientinnen und Patienten im Krankenhaus müssen sich auf eine sichere und gute Versorgung verlassen können. Gerade um dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen, müssen Krankenhäuser und Pflegeheime attraktive Arbeitgeber sein und dafür ist eine Entlastung unbedingt und sehr kurzfristig notwendig, um gutes Personal zu gewinnen und die Arbeit auch gut zu gestalten. In der Pflege, aber im Übrigen auch in anderen Berufsgruppen. Wir haben festgestellt, der Markt richtet es eben nicht. Mein Eindruck ist, durch den Wettbewerb haben sich die Bedingungen verschlechtert, insbesondere wenn ich mir die Altenpflege ansehe und sehe, dass wir kaum Tarifverträge haben, kaum Tarifbindung vorliegt, das nicht die Normalität ist. Deshalb muss der Gesetzgeber mit Rahmenbedingungen entsprechend reagieren. Sie haben mich gefragt nach praktischen Berichten. Ich denke, da können die Beschäftigten selbst am besten berichten. Wir haben ja einige unaufgeforderte Stellungnahmen vorliegen, die sehr eindrücklich schildern, wie der Alltag auf der Station stattfindet. Ich möchte ein sehr drastisches Beispiel schildern. Wir haben ein Plakat, was fragt heute schon Pause gemacht und darauf hat jemand mit Filzstift notiert. Nein, leider nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich konnte auch nicht trinken. Deshalb musste ich auch nicht auf die Toilette. Hat etwas anderes geschrieben. Also ich finde, es ist schon ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie die Situation ist. Dem Fachkräftemangel ist am besten zu begegnen, indem die Arbeitsbedingungen und die Ausbildungsbedingungen attraktiver gestaltet werden. Insbesondere geht es in der Altenpflege darum, dass auch Vollzeitarbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen aus den östlichen Bundesländern, dass dort nur die Hälfte der Bewerber einen Vollzeitarbeitsplatz angeboten bekommen. Ganz wichtig ist, dass in der Altenpflege das Stuhlgeld abgeschafft wird. Das ist ein Anachronismus. Der gehört endlich abgeschafft. Und wir brauchen eine Verbesserung des Personalschlüssels. Das gilt für die Altenpflege genauso wie für die Krankenhäuser. In der Altenpflege brauchen wir die bundeseinheitliche Personalbemessung. Und als Sofortprogramm in der Altenpflege stellen wir uns vor, dass ein Schlüssel von 1 zu 2, eine Pflegefachkraft zu 2 Bewohnern kurzfristig umgesetzt wird. Auch da gilt, keine Fachkraft sollte in der Nacht alleine sein, auf der Station, im Wohnbereich. Das sind Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden können. Und insgesamt muss der Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen. Und also gehört eine gesetzliche Personalbemessung in den Krankenhäusern und bundeseinheitliche Regelungen für verbindliche Personalvorgaben in der Altenpflege. Schluss mit dem Flickenteppich in der Altenpflege. Dankeschön. Die nächste Fragestellerin ist Frau Schaffenberg. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Witek. Ist eine bessere Abbildung von Pflege im Diag-System eine Möglichkeit, die Situation in den Kliniken zu verbessern? Und welche Modelle sind denn denkbar? Herzlichen Dank für die Frage. Witek von der Fachgesellschaft Profession Pflege. Grundsätzlich ist mal festzuhalten, dass das INEG einiges dieses Jahr gemacht hat, um Pflege im Diag-System besser abzubilden. Das sind leider noch Insellösungen. Da muss man, denke ich, nochmal genauer gucken. Grundsätzlich, wenn Pflege zum Erlösfaktor wird, verbessert sich natürlich die Diskussion, über Personalstellen auch besser verhandeln zu können. Vor allem, solange es keine Zweckbindung gibt, ist es zwingend aus meiner Sicht, um die Verhandlungsposition der Pflegepersonen zu verbessern. Und ein anderer Aspekt, der noch von Bedeutung ist, dass natürlich auch hier eine Aufwertung stattfinden kann, weil Pflege aktiv an der Erlössituation teilnehmen kann. Das ist dann aus meiner Sicht dringend notwendig. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man diese Insellösungen nicht weiter forciert. Also ich mache ein kurzes Beispiel, damit Sie eine Idee bekommen, was das bedeutet. Die U50, U51 ist in die Nebendiagnosen-CCL-Matrix erhoben worden. Das heißt, dass jetzt sich Einrichtungen Gedanken darüber machen müssen, ob sie bei jedem hochaufwendigen Patienten zusätzlich batteln. Das ist ein Assessment-Instrument. Und dieses Assessment-Instrument erzeugt Dokumentationsaufwand, ohne einen Mehrgewinn im Versorgungsprozess der pflegerischen Entscheidungsfindung zu erzeugen. Und ich denke, da gibt es andere Ansätze, die hier eine bessere Lösung wahrscheinlich darstellen würden, weil dann diese Insellösungen zusammengeführt werden können und, sage ich mal, hier eine sinnvolle Entbürokratisierung stattfinden könnte. Die Fachgesellschaft, Profession Pflege hat hier ja das NRG-Modell oder pflegerelevante Fallgruppen auch vorgeschlagen. Dankeschön. Der nächste Fragesteller ist Herr Hayek von der CDU-CSU. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Mit Einführung des DRG-Systems wurden für die Krankenhäuser Anreize zu wirtschaftlichem Handeln gesetzt. Welche Erfahrung haben Sie mit dem wirtschaftlichen Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander mit Blick auf die Fachkräftegewinnung? GKV-Spitzenverband. Lieber GKV-Spitzenverband. Grundsätzlich halten wir die Einführung des DRG-Systems für die wichtigste Innovation der letzten 15 Jahre. Es wurde endlich leistungsorientiert finanziert. Es wurde versucht, Leistungen zu definieren und nicht Kosten zu refinanzieren. Letzteres trägt nicht dazu bei, dass die Leistungen besser werden. Man muss auch sehen, dass die ganze Qualitätsbeobachtung, die ganze Qualitätssicherung erst möglich geworden ist durch das DRG-System. Erst dadurch, dass man kodiert hat, konnte man auch Qualitätsvergleiche zwischen Krankenhäusern einführen. In den Bereichen, wo das nicht geschieht, wo Sie nicht so ein differenziertes System haben, ist auch die Qualitätssicherung nicht existent. Ich nenne nur die Psychiatrie. Es ist uns, glaube ich, es ist den Krankenhäusern gelungen, eine sehr viel stärkere Professionalisierung auch mit professionellem Fachpersonal zu gewinnen. Und insofern scheint es uns richtig, qualitätskritische Bereiche durch Vorgaben weiter zu regeln, aber ansonsten den Krankenhausträgern weiterhin die Freiheit zu geben, die Freiheit auch, sich das richtige Personal zu besorgen. Bisher haben wir nur in wenigen Bereichen Vorgaben, wie zum Beispiel die frühgeborenen Stationen. Wir können uns sowas auch für weitere Bereiche der Intensivmedizin vorstellen oder auch für bestimmte Situationen, wie zum Beispiel die Situation um Mitternacht oder im Falle von Krankenhausinfektionen. Dankeschön. Frau Dittmar von der SPD ist die nächste Fragestellerin. Ja, Dankeschön. Meine Frage richtet sich an Verdi. Geht nochmal um Versorgungsqualität und personelle Ausstattung. Ausreichende personelle Ausstattung von Stationen allein ist kein Garant für optimale Versorgungsqualität. Das bedeutet, dass verbindliche Personalstandards möglicherweise zwar zu einer Erhöhung der Pflegestellen führen wird, dennoch aber nicht zwingend die Qualität der Pflege verbessert wird. Welche weiteren Stellschrauben zur Verbesserung der Versorgungsqualität sind aus Ihrer Sicht in den Krankenhäusern zu beachten? Berli, bitte. Kritt Gänster, Gewerkschaft Berli. Vielen Dank für die Frage. Die ausreichende und verbindliche Personalausstattung ist kein Garant für die optimale Versorgungsqualität. Das ist richtig, aber sie ist eine ganz entscheidende Voraussetzung. Eine wirksame Regulierung braucht aber mehr als Verhältniszahlen. Es muss geregelt werden, welche Folgen die Nicht-Einhaltung hat. Da reden wir über Sanktionen, ganz wichtig. Die Vorgaben müssen auch überprüft werden und sie müssen laufend weiterentwickelt werden. Und dabei zeigt ein Blick auf die kalifornischen Nurse-to-Patient-Rasure wichtige Hinweise für Deutschland auf. Dort sind betriebliche, paritätisch besetzte Komitees mit Pflegepersonal besetzte Komitees beteiligt an der Ermittlung der Vorgaben, sozusagen im Button-up-Verfahren. Insgesamt werden die Pflegekräfte an den Klinikangelegenheiten beteiligt. Eine Voraussetzung ist auch, dass es gute Führungsstrukturen gibt und dass das Personal spezifisch unterstützt wird im Innenleben des Krankenhauses. Auch die Beziehungen zwischen Pflegekräften und Ärzten gehören dazu. Eine gute Kommunikation, da zeigt sich, dass Digitalisierung nicht das Allheilmittel ist. Wir stellen fest, dass viel digitalisiert wird, auch viel dokumentiert wird. Der Dokumentationsaufwand wächst, aber die Beschäftigten in den Teams haben kaum Zeit, miteinander zu reden. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf die Versorgung. Und letztendlich gehört gut qualifiziertes Pflegepersonal dazu. Das ist wichtig für das Outcome. Das hat man festgestellt in den Staaten. Der für uns zentrale Punkt ist, dass ohne verbindliche Vorgaben für das Personal das Fass eben keinen Boden hat. Und deshalb gehören nicht nur Verhältniszahlen dazu, sondern auch solche Regelungen im Innenverhältnis der Häuser. Dankeschön. Die CDU, CSU ist dran. Herr Erlsdorfer. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den BPA. Welche Bedeutung hat der wirtschaftliche Wettbewerb in der Pflegeversicherung zum Beispiel für die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in strukturschwachen Regionen? Ja, Herr Erlsdorfer, vielen Dank. Herbert Maul vom BPA. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben bei Herrn Professor Rothgang, weil wir schlichtweg mal wissen wollen, wie ist denn die Verteilung und wo sind die Privaten? Es ist natürlich bei 50 Prozent Marktanteil so, dass sich das nicht auf wenige Ballungsräume konzentriert und dass wir auch nicht diejenigen sind, die Seniorenresidenzen anbieten und ansonsten für die Grundversorgung nicht zur Verfügung stehen. Wir sichern das Essen auf Rädern in der Uckermark und sonst wo. Dort gibt es meistens kleinere Dienste. Wir haben sowohl kleinere Pflegedienste, die also auch regional anders aufgestellt sind, eingebunden sind, als auch kleinere Einheiten bei den Pflegeheimen, sodass wir weg von den Metropolen eben auch sehr stark in den sehr ländlichen Regionen vertreten sind. Bei uns gibt es ein Fass mit Boden, weil wir haben überall verbindliche Personalvorgaben. Das darf man nicht vergessen, die auch eingehalten werden. Das betrifft nicht nur die Zahl der Mitarbeiter nach Pflegegraden, sondern es betrifft auch die Qualifikation der Mitarbeiter. Das ist bei uns vertraglich bindend für jede Einrichtung geregelt. Insofern ist, glaube ich, für die Flächenversorgung es wichtig, dass es bei einer wettbewerblichen Ausrichtung bleibt und dass es eben auch Anreize gibt, für die Unternehmen, sich dort zu betätigen. Danke schön, Herr Maul. Frau Mattheis ist die nächste Fragestellerin für die SPD. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richte ich an den Herrn Prof. Schreieck. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, wie Ihre empirischen Erfahrungen bezüglich der Personalbemessung sind und wie Sie vor allen Dingen das, was auch Frau Gensler gerade ausgeführt hat, wie Sie das bewerten, was in den USA offensichtlich sehr positiv angewandt wird. Herr Prof. Schreieck, bitte. Vielen Dank. Schreieck, Universität Hamburg. Ja, also grundsätzlich muss man natürlich unterscheiden. Also die, diese Zahlen, die hier in dem Antrag genannt werden, die sind natürlich viel zu hoch gegriffen. Also 100.000, diese Zahl ist so wissenschaftlich nicht valide ableitbar aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht im Detail ausführen möchte. Auch diese internationalen Vergleiche, die hier angeführt werden, Deutschland steht international nicht so schlechter. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man schauen muss, ob möglicherweise ein Zusammenhang auch in Deutschland besteht zwischen den Pflegepersonalverhältnisszahlen in den Krankenhäusern und der Versorgungsqualität. Und das machen wir ja gerade in der Expertenkommission Pflegepersonal im Krankenhaus. Also Kalifornien kann hier tatsächlich, wenn man konstatieren kann, also wenn man empirisch nachweisen kann für Deutschland, dass hier ein Zusammenhang besteht zwischen, also dass man ein Mehr an Pflegepersonal auch tatsächlich bedeutet, dass die Versorgungsqualität steigt, dann ist natürlich tatsächlich Kalifornien hierfür eine gute Vorlage. Denn international ist es tatsächlich, muss man konstatieren, ist es tatsächlich so, dass dieser Zusammenhang schon gezeigt werden konnte, vor allen Dingen für die USA, aber auch für andere Länder. Und insofern muss man sagen, also Personalverhältnisszahlen können tatsächlich die Qualität für bestimmte Bereiche erhöhen. Allerdings muss man hier schon zwischen verschiedenen Bereichen, das wurde ja auch schon verschiedentlich angesprochen, unterscheiden. Das heißt, man muss schon zwischen den Fachabteilungen differenzieren. Es bringt relativ wenig für den gesamten Krankenhausmarkt Unterstandards und Unterschwellen zu definieren, die dann einheitlich gelten, sondern man muss das schon differenziert sehen. Und das zeigt auch die internationale Evidenz für einige Fachabteilungen sind pflegesensitiv und andere Fachabteilungen sind nicht pflegesensitiv. Und ob sich da ein Substitutionseffekt dann möglicherweise einstellt, der vorhin schon befürchtet wurde, das muss man dann in der nächsten Stufe sehen. Es gibt verschiedene Länder, in denen es dann eine Evaluation gibt nach einigen Jahren. Das würde ich auch für Deutschland für sinnvoll erachten. Und da kann man ja dann sehen, ob es eine Substitution gibt, ob die Pflegekräfte in andere Abteilungen geschoben wurden und da dann abgebaut wurde. Das heißt, die nicht pflegesensitiven Abteilungen abgebaut wurde. Und Ähnliches würde ich dann in diesem Falle, falls man zum Schluss kommt, dass man Pflegeuntergrenzen für einzelne Fachabteilungen benötigt, auch für Deutschland empfehlen. Dankeschön. Herr Weinberg, die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Immerhin, was ich gerade gehört habe. Meine Frage richtet sich nochmal an Frau Dr. Wittek. Mit dem Pflegestärkungsgesetz 2 wird ja das neue Begutachtungsverfahren ein stärker auf Selbstständigkeit und teilhabeorientiertes Pflegeverständnis eingeführt. Welche Veränderungen ergeben sich aus Ihrer Sicht daraus für den Personalbedarf und welche Überlegungen hätten Sie, um kurzfristig die Personalsituation zu verbessern? Frau Dr. Wittek, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Frage, Wittek, Profession Pflege. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass der MBA eingeführt wurde und eine mehr teilhabeorientierte Ausrichtung bekommen hat, wobei man nicht dem Glauben unterliegen darf, dass sich dadurch in der Praxis etwas verändert. Das Begutachtungsverfahren alleine wird noch keine Auswirkungen darauf haben, dass sich das Verhalten der Mitarbeiterin am Bett verändert und sozusagen eine teilhabeorientiertere Pflege stattfindet. Das wird sich erst dann einstellen, wenn auch der Anreiz geschaffen wird, dass Einrichtungen hier investieren, zum Beispiel die angedachte Ergebnismessung, die auf den MBA aufsetzt, weil dann sozusagen sichtbar wird, ob auch da investiert wird von Seiten der Einrichtungen. Insofern, denke ich, muss man noch mal genauer gucken. Bezogen auf die Frage, was bedeutet es auf den Personalbedarf? Fakt ist, wir haben aktuell eine Unterbesetzung, um eine teilhabeorientierte und selbst auf Selbstständigkeit ausgerichtete Förderung der Bewohner zu realisieren in den stationären Einrichtungen. Und das wird sich nicht ändern, dadurch, dass ein neuer Begutachtungsbegriff eingeführt wurde, sondern das ändert sich nur, indem wir die Patientenbewohner, die Mitarbeiterbewohnerrelation verändern. Hier, denke ich, muss man sukzessive so ansetzen, wie es von der Kollegin von Verdi vorgeschlagen wurde, systematisch aufstocken und parallel Qualitätsindikatoren platzieren, damit man auch sehen kann, welchen Effekt das auf die Versorgung hat, zum Beispiel die Qualitätsmessung aufsetzen. Ich würde aber mir wünschen, dass es über das noch hinausgeht, sondern auch Prävalenzdaten, Inzidenzdaten zum Beispiel zur Inkontinenz, also am internationalen Standard orientierte Qualitätsindikatoren, um zu sehen, ob eine Erhöhung der Personalzahlen sich auch in der Qualität widerspiegelt. Ich denke, nur so können wir uns schrittweise annähern und dahin kommen, wo wir auch hinkommen wollen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Frau Scharfenberg. Ja, vielen Dank. Vermutlich meine letzte Frage geht an Herrn Mittag von der BAGFW. Wie stehen denn die Verbände der Wohlfahrtspflege zu einer Vereinheitlichung der gesetzlichen und privaten Kranken- und Pflegeversicherungen? Welche Elemente sind denn aus Sicht der BAGFW für eine solche Bürgerversicherung grundlegend? Herr Mittag, das ist Ihre Frage. Ja, vielen Dank, Thorsten Mittag für die BAGFW. Die Schaffung und Sicherung von Rahmenbedingungen für eine gute Pflege hat ihren Preis. Und diesen neuen Herausforderungen und den damit einhergehenden wachsenden Finanzierungsbedarf, dem muss man gerecht werden. Und deswegen ist sozusagen eine Reform der Pflegefinanzierung bzw. der Finanzierung der Pflegeversicherung also unausweichlich. Und für ein solches Konzept zur Refinanzierung gehören sozusagen aus Sicht der BAGFW mehrere Säulen, wenn es um die solidarische Versicherung geht. Das ist zum einen mal eine solidarische und paritätische Finanzierung, das wiederum in Verbindung mit einem einheitlichen Versicherungssystem, mit einer risikounabhängigen Prämienbemessung und eben einheitlichen Rahmenbedingungen halt auch für alle Anbieter. Das wird gemeinhin dann auch als Bürgerversicherung bezeichnet. Nicht zuletzt muss auch die Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden. Wir stellen uns hier vor, bis auf das Niveau der Rentenversicherung, was wir uns weniger vorstellen können, ist sozusagen die vollständige Abschaffung dieser Bemessungsgrenze. Das würde aus Sicht der BAGFW also sozusagen gegen das Äquivalenzprinzip sprechen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass wir es zu tun haben mit einer Erosion der Finanzierungsgrundlagen. Wie halt auch in anderen Sozialversicherungen ist die Orientierung der Beiträge allein am Lohneinkommen der Versicherten problematisch, denn der Anteil der Löhne am sogenannten Volkseinkommen ist in den vergangenen Jahren gesunken. Und daher ist also auch eine Erweiterung der Einnahmebasis durch Ausweitung der zu berücksichtigen Einkommensarten steuerlicher Art erforderlich. Wollt ihr noch eine schnelle Frage stellen? Erwin, eine schnelle Frage. Ganz schnelle Frage. Welche Maßnahmen, also eine Frage an den GKV Spitzenverband. Welche Maßnahmen bewerten Sie als zielführend, die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern und übermäßige Arbeitsbelastungen in der Pflege abzubauen? Vielleicht drei Punkte, einfach damit wir Bescheid wissen, was wir machen müssen. Frau Dr. Kügging. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Also Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe sind notwendig. Wir brauchen genügend Pflegepersonal, die die älteren Menschen und die Kranken natürlich auch pflegen können. Die Attraktivität des Berufes zu steigern, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist natürlich die Vergütung, aber es ist nicht die einzige. Es gibt andere, die auch aus der Wahrnehmung der Betroffenen heraus mindestens genauso wichtig sind. Das ist zum Beispiel die Frage der Attraktivität des Arbeitsplatzes, die sich darin ausdrückt, gibt es familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung, gibt es die Möglichkeit, bei Wunschteilzeit oder eben bei anderem Wunsch vielleicht auch Vollzeit zu arbeiten. Also diese Flexibilität, die dahinter steckt. Es gehört auch dazu, bei dem Thema Ausbildung, das ist ja auch ein Reformvorhaben, das im Moment noch läuft, diese Ausbildungsreform so auszurichten, dass das Qualitätsniveau derjenigen, die ausgebildet werden, hoch ist für den Bereich, in dem sie eingesetzt werden und dass diese dem Ziel folgt, die pflegerische Versorgung insgesamt und auch den zukünftigen Fachkräftebedarf sicherzustellen. Also diese beiden Ziele sind dabei zu berücksichtigen. Vielen Dank. Dann darf ich mich bei Ihnen, liebe Sachverständige, ganz herzlich bedanken und darf die Anhörung damit schließen. Vielen Dank.